Servus Freunde! Heute habe ich mir gedacht mache ich einfach mal wieder ein paar Cuts in traditioneller Kleidung mit dem traditionellen Joriner Handzuschwert und dann schneiden wir einfach mal ein paar Flaschen und ein paar Tetra Bugs zusammen und mal schauen was möglich ist. Viel Spaß dabei! ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's. 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 Das war's.